Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von das Play Zelda Picross. Wir müssen noch sieben Level machen, tatsächlich. Und ich bin mal gespannt, wie schnell wir die lösen können. So, erstmal die fünf. Und wir hier noch eine zwei. Eins, eins, zwei. Der war mit Fingern schneller als... Äh, ein anderer Finger. Hier muss ein X definitiv hin. Keine zwei mehr hin. Dies heißt, eins, zwei, zack, eins, zwei, drei. Das ist auch eine zwei, oh fuck. Oh, ich hab mich grad voll vertan. Eins, zwei, drei, aah, ich hab mich grad übel vertan. Okay, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Achso, das sind zehn Felder nur noch, also kann nur noch das bis dort gehen. Hier kann keine fünf mehr rein. Eins, eins. Das hier muss eine eins sein. Das ist eine eins. Eins, eins, eins. Das kann tatsächlich sogar eine zwei sein. Prinzipiell... Fünf. Hier muss die fünf sein. Hier eine eins. Dann ist das hier oben eine eins. Hier haben wir eine drei. Das heißt, hier muss die drei in dieser Seite sein irgendwie. Kann nur noch hier sein. So, hier haben wir die zwei. Die drei. Dann haben wir hier die drei. Eins und zwei. Drei. Zwei. Das muss... Hier muss eine eins sein. Genauso wie hier. Das hier muss die zwei sein, ne? Die kann auch... Eins, eins. Nee, das hier ist eine eins. Ja, das ist eine eins. Ist das hier die zwei. Ist das hier, muss die drei so sein. Dann haben wir hier eine eins. Hier kann keine zwei sein. Das ist eine zwei. Zwei und drei. Hier haben wir die zwei. Das heißt, hier kommen die Einsen irgendwie zwischen. Keine zwei. Die drei. Das ist eine zwei hier. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Zwei, zack. Eins, zwei, drei, vier. So. So. Ist das fertig? Das hier ist eine drei. Das ist eine vier. Äh, das muss hier die vier sein. Zack, zack. Die Eins haben wir hier und die Zwei hier. Hier haben wir die Zwei fertig. Das heißt, hier muss noch die Eins zwischen. Eins und Eins. Das hier ist... Das muss eine Zehn sein, ne? Stimmt. Hier ist die Zwei. Das ist sogar hier die Zwei. Keine Drei mehr. Keine Zwei mehr. Keine... Die Eins kann die noch sein. Nein, kann sie nicht. Okay. Doch, muss sie. So. Zack, zack. Weg. Drei, zwei, vier, fünf. Hier oben fehlt noch eine Eins. So. Ah, Leute. Es ist so warm. Es ist drei Uhr nachts. Und warm as fuck. Das ist so ätzend, ne? So ätzend. Hier ist eine Drei, Zwei, die Vier. Das ist eine Eins. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eich. Zack. Eins, zwei, eins, zwei, zack. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Okay. D-d-d-d-d-d-d-d. Das hier oben sind zwei Einsen. Kann eine Vier mehr sein, aber eine Zwei. Muss die Vier hier sein? Hier die Zwei irgendwo. Zack. Eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei, drei. Zack. Eins. 1, zack, 1, zack, 1, zack, 1, zack, 1, zack, 1, zack, 1, 2, 3. So. Das hier muss eine 1 sein. Haben wir hier eine 3? 1 und 1. Äh. Das hier unten ist schätzungsweise die 5. Ja, eine 3 kann das nicht sein, also ist das die 5. 1, 2, 3, zack, 1, zack, 1, zack, 1, zack, 1, zack, 3, ja. Alles klar. 1, zack, 1, zack, 1, zack, 1, 2, 3, 4, 5. Zack, 1, 2, okay. 1, 2, zack, 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir hier zwei 1? Das da hinten ist eine 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hier unten muss die 1 sein. Was haben wir hier? Das kann die 2? Das muss die 2 sein, also muss das hier weg. So. 2, 3, 2, 2. Das ist eine 2, das ist eine 2, 3, die 4. So, was haben wir in der Reihe? Das muss die 2 und die 1 sein. Haben wir hier 2 und 1 irgendwie. Hier die 5. Hier die 4. Die 6 irgendwie. Und das hier muss dann die 2 sein. Ich glaube, ich bin soweit ganz gut dabei. Das ist noch eine 1. Hier haben wir die 2. Jetzt ist der eine 6 noch fertig. Die 4. Das hier ist eine 2. 2, 2, 2. 2 Einsen. Ist das hier die 4? 1, 2. Hier können keine 4 mehr sein. Die 2 haben wir. Die 6, die 1. Die 2. Die 2, die 3 muss hier sein. Räumen wir aber ganz gut auf eigentlich, ne? 3, 3, 3. Das hier ist eine 1, 2, 3, 2, 2, hier hinten haben wir eine 2. Zack, die 4. 2, 2, 3. 2, 3. Dann haben wir das hier. 1, 4. Das ist die 3. Meine Stimme ist halt ein bisschen am Arsch gerade. Beziehungsweise momentan allgemein wieder irgendwie. Meins Stimme ist nicht so der Shit. Tatsächlich. Kommt vielleicht auch durch die Hitze tatsächlich so. Das ist echt. Also es ist echt warm, Leute. Es ist wirklich warm. Nein. Das würde ich machen. Wir sind bei 20 mal 15 angekommen. Alter, vada. Okay, wir haben hier ganz viele 7. Wir haben hier unten eine 20. Das ist natürlich... Okay, das sieht aus irgendwie wie so das Schloss Hyrule oder so. Wenn es das gibt. Weil das unten einfach so eine komplette Reihe gefüllt hat jetzt. Könnt ihr mal unten rechts auf das Bild achten. Und vielleicht sieht man oder erkennt man ja die Entstehung von dem Schloss Hyrule. So zwischendurch. Das wäre ganz cool. X, 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 X. 4 geht bis dort. Das kommt weg. Das kommt weg. Die 3 kann hier nicht rein. Oh, hier haben wir eine 1. Okay. Machen wir hier weiter. Zack. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. 4, 5. 1. Okay, das hier muss der 1 sein. Dann ist das hier auf jeden Fall eine 5. 1, zack, 1, 2, 3. Hier haben wir ein paar Einsen. Und eine 2. So, was haben wir hier? Eine 3. Das ist die ganze Reihe weg. Das, zack, zack. Die 4 noch bis dort. Nicht? Nee, weiter. Auf einen weiter, okay. Ähm, nur eine 2. Auch nur eine 2. Dann haben wir hier die 2 fertig. 3. Die 4, die 3, die 1. Schick. Was haben wir hier? Eine 2. Die 3. 2. Gibt mir hier echt noch nichts zu lösen? Ah, schade. Ich hab gehofft, das geht. Die 3. Das könnte auch eine 1 sein. Es könnte sein, dass hier die 2 noch hinkommt. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Ach, hinten muss die 4 rein, okay. Das sind irgendwie die 2. Hier sind 2, 2. Dann ist das hier die 3. Sehr schön. Das hier kann eine 1 sein. Das hier ist eine 1. Und das. Äh. Das hier muss die 2 sein. Dann kommt hier eine 1 hin. Das heißt, das hier ist die 2 und die 1. Zack. Hier haben wir die 2. Die 2 hier. Das ist eine 1. Das ist eine 1. 1, zack. 1, zack. 1, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo. Dann haben wir die 4. Eine 2. Noch eine 2. 1, zack. 1, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Nicht. Oh. Ah. Ah, hier sind nur 3. Okay, okay, okay. Ah. Ja, gut. Das hätte ich auch sehen können. Ah, das war natürlich. Nicht so nice. Die 4 haben wir hier oben auch schon fertig. Sag das doch mal einer, Leute. Mensch. Äh. Das hier muss die 2 irgendwie dort. Das muss die 2 hier sein. Sonst würde das gar nicht passen. Ähm. 2. Kommen wir auf. Nein. Äh. Äh. Das ist ein 1. Hier kommt noch eine 1. Das ist auch die 1 hier. 2, zack. 2. 2. 2. 1. Die andere 1 wissen wir nicht. Aber wir wissen die 4. Ah, okay. Das ist nicht das Schloss Hyrule. Okay. Ich weiß, was es ist. Ich habe es schon erkannt. Tatsächlich. Ja, meine müden Augen erkennen auch mal was. Ist krass, ne? Ist echt krass. Ist echt krass. So, zack, zack. Zack. Ringen. Oder so heißt es, glaube ich, ne? In Kampf. Okay. Cool. So, 1 packen wir noch, würde ich sagen. Oh Gott, das ist, äh. Das ist nicht geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ist ne 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist hier die 7? Ne, 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 ne. Okay. Dann haben wir hier schon mal ne 2. Und hier auch. Hier nur ne 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So. Dann ist hier die 1. Sie hat aber auch noch anders gepasst. Theoretisch. Ist ja doof. Das ist echt doof. Das ist gemein. 1, 2, 3, 4, zack. Das ist ne 1. Okay. Zack, 1, zack, 1, 2. Dann dürfte das hier so gehen. Das heißt, hier muss die 6 sein. 2, 3, zack, 1, 1, zack, 1, 2, 3. Okay. Die 4 geht bis dort. Hier die... Nein. Geh. 1. So. Ah, da hinten ist noch ein Feld. Okay. Da habe ich gerade gewundert, warum es noch blau ist. Ähm. Es kann auch ne 2 oder ne 1 sein hier. Mann. Das ist gemein. Hier kann keine 8 sein. 4, 5, 6, 7, 8, 1. Das heißt, hier ist die 7. Hier ist die 4 auf jeden Fall. So. So. Ups. Ich habe die 7 schon wieder unabsichtlich richtig gehabt. Alles klar. Alles klar. Das passiert mir zu häufig, ne? Viel zu häufig. 2, 2, 2. Das hier ist ne 6. So. Hier haben wir ne 2 und die 1. Okay. Irgendwo hier ist ne 1, aber das hier ist ne 4, glaube ich. Ja, das muss... Nein, das ist ne 1. Okay. 4, zack, 1, 2. Zack, 1, 2. Äh, zack, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, zack, 1, 2, zack, 1, 2, 3, 4. Oh. Gemein. Einfach schiemen. Das hier ist... Das könnte auch nicht 2 1 sein. Könnte auch ne 7 sein. Man weiß es nicht. Und munkelt. Das könnte auch ne 3 sein. Und das hier die 1. Oh, ich bin so... Oh, das ist so gemein, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, zack, 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier ist die 4 auf jeden Fall. Ach, Mensch. Hier ist ne 3. Die 6 ist auch fertig. Hier ist ne 7. Und hier ist die 7. Hier ist auch die 7. Die 2 haben wir schon mal. Die 1 sind auch. 4, 4, 2. 2. Zack. 1, weg. Eine 4. Eine 6. Irgendwie so. Hier ist ne 4. 2, 4, 5, 6, 7. So. Das ist ne zusammenhängende 7. So. Das hier ist ne 3. Und ne 2. Und ne 2. Okay. So langsam wird's. Ne, Leute? So langsam wird's hier. Machen Progress. Das hier muss die 1 sein. Das hier muss die 4. Da unten ist noch ein Feld frei und da 1. Oh. Oh. Hier. Weiß nicht. Oh. Äh. Einen noch so. Okay. Man merkt, es ist spät. Einfach alles. Es ist einfach immer meine Ausrede jetzt. Es ist spät. Mein Hirn kriegt halt nicht mehr so geschissen. Oh mein Gott. Das war aber auch schwer. Sehr, sehr viele kleine Zahlen bei. Ach. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr in dem Bad. Nein, 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 nein. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Bad. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.